Was erwartest du denn heute hier vom Porsche Design? Vom Porsche erwarte ich eigentlich rasantes Design, so wie die Autos sind. So erwarte ich mir auch die Lederjacken, glaube ich, gibt es ja coole Sonnenbrillen. Also ich bin jetzt gespannt, was Porsche hier so bietet. Ich gehe jetzt einmal rein. Ich gehe jetzt mal rein. Ich gehe jetzt mal rein. Blaz. Baraum. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020